Und ich begrüße jetzt Sven Hüber, er ist stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Wenn wir solche Bilder sehen, das ist erschreckend, Herr Hüber. Woran liegt es? Liegt es daran, dass wir zu wenig Polizisten haben in den Großstädten? Beispiel Berlin, wir haben ja aber auch andere Brennpunkte in Deutschland. Oder fehlen uns dort auch möglicherweise Gesetze, um bestimmte Dinge durchzusetzen oder ihnen auch vorzubeugen? Insgesamt kann man sagen, dass die Polizei relativ gut aufgestellt ist. Aber wir haben einen Mangel an Bereitschaftspolizei, die für solche Lagen vorgesehen ist. Sie dürfen auch nicht vergessen, wir haben auch eine Grenzlage, fast die komplette Bundesbereitschaftspolizei ist zurzeit für Grenzkontrollen eingesetzt. Und wir brauchen hier Verstärkung. Die Bundesinnenministerin hatte dies beim Bundesfinanzminister auch angemeldet und gefordert, aber bei Herrn Linder kein Gehör gefunden. Das muss geändert werden, um hier langfristig die Sicherheit in den Städten auch herstellen zu können. Nun ist ja schon mal angekündigt und das soll ja auch demnächst dann beschlossen werden, ein Betätigungsverbot zum Beispiel für Vereine, die der Terrororganisation Hamas nahestehen, diese unterstützen. Wird Ihnen das nochmal dann helfen bei Ihrer Arbeit? Die Hilfe ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass diese Vereine dann nicht mehr wie jetzt aktuell in Social-Media-Kanälen und auch auf der Straße aufhetzen können. Regelrecht zur Gewalt, auch zur Gewalt gegen meine Kolleginnen und Kollegen. Wir haben eine ganze Reihe von Verletzten in den letzten Nächten gehabt. Solche Vereinsverbote stringent durchzusetzen und zwar möglichst schnell durchzusetzen, ist auch ein Mittel, um die Lage und die Stimmungslage etwas zu beruhigen wieder und zu normalen Verhältnissen zurückzukehren. Ich möchte jetzt nochmal auf die Vorbereitung seitens der Polizei zu sprechen kommen. Marco Buschmann hat gesagt, wir müssen dort auf der Straße das Recht durchsetzen, eine klare Trennlinie ziehen. Trauer ist erlaubt, aber beispielsweise, wenn es um Judenhetze geht oder eben auch beispielsweise Unterstützung von terroristischen Vereinigungen, da sieht er eine Grenze, die unbedingt eingehalten werden muss. Ich kann mich sehr gut an den Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Reul, erinnern, ein Interview, das er vor einer guten Woche gegeben hat. Er sagt, manchmal weiß die Polizei gar nicht, mit welchen Symbolen da zum Beispiel auf der Straße demonstriert wird. Sind Sie da gut genug vorbereitet, auch beispielsweise zum Beispiel, wenn es um die arabische Sprache geht? Die Polizei, gerade die Bereitschaftspolizei in Berlin, die ja sehr, sehr viel Demonstrationserfahrung hat, ist darauf vorbereitet. Das ist ja nicht die erste antisemitische Demonstration, die hier stattgefunden hat. Denken Sie an die Al-Quds-Tage, die in Berlin regelmäßig stattgefunden haben. Wir sind dann auch mit Übersetzern, mit Dolmetschern vor Ort, nicht nur für Arabisch, auch für andere Sprachen, wo dort Sprechchöre skandiert werden, Transparente gezeigt werden. Das Landeskriminalamt als Versammlungsbehörde ist sehr professionell aufgestellt. Und es bleibt natürlich immer die Frage, ob sie ausreichend Einsatzkräfte zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben. Hier sind alle Bundesländer aufgefordert, die große Metropole wie Berlin mit zu unterstützen. Auch die Bundespolizei wird dies weiter tun. Und ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass wir als deutsche Polizei diese Lage in den Griff bekommen. Man muss auch deutlich sagen, es geht hier gar nicht nur um den palästinensisch-israelischen Konflikt. Es geht hier auch darum, ob der deutsche Rechtsstaat sich Akzeptanz verschafft und ein Versammlungsverbot auch strikt durchsetzt. Wer hier versucht, den Kampf auf der Straße gegen den deutschen Staat und den Rechtsstaat zu führen, der muss mit den Konsequenzen rechnen. Wir haben jetzt einmal über das, was auf der Straße stattfindet, gesprochen. Aber ein anderes Betätigungsfeld, auch von radikalen Kräften, ist ja beispielsweise die Social Networks, die sozialen Netzwerke. Ist man da in Deutschland gut genug, auch seitens der Strafverfolgungsbehörden aufgestellt, das alles zu verfolgen, was dort teilweise im Internet stattfindet? Man muss sehr kritisch sagen, dass die Verfolgung von Hasskriminalität im Netz, übrigens jede Art von Kriminalität im Internet, noch nicht in dem ausreichenden Maße vorhanden ist. Ich will ein Beispiel nennen. Das Bundeskriminalamt, was ja gerade in der Bekämpfung von Internetkriminalität führend ist, hat eine Finanzierungslücke im informationstechnologischen Bereich von über 50 Millionen Euro. Und wir als Gewerkschaft der Polizei sagen ganz klar, wenn wir dagegen vorgehen wollen, sollen und müssen, damit das friedliche Zusammenleben in Deutschland von allen ethnischen, religiösen Gruppen gewahrt bleibt und eben nicht Hetze auch im Netz weiter betrieben wird, dann müssen die Strafverfolgungsbehörden technisch besser aufgestellt werden. Wir fordern hier ein Sicherheitspaket, wie für die Bundeswehr, so auch für die innere Sicherheit. Da muss die Bundesregierung und auch die Landesregierungen müssen hier noch Hausaufgaben machen. Letzte Frage. Wir haben über Ausschreitungen auf der Straße gesprochen, aber was es auch gibt, sind Übergriffe auf Jüdinnen und Juden in Deutschland, aber auch auf zum Beispiel israelische oder jüdische Einrichtungen. Auch dort gab es zum Beispiel in Berlin einen versuchten Brandanschlag, der auch dann tatsächlich nicht vereitelt werden konnte. Muss man sich da besser aufstellen, auch seitens der Sicherheitsbehörden? Also die Sicherheitsbehörden sind spätestens seit dem 7. Oktober an der Stelle in Alarmbereitschaft, die Gefährdungsanalysen durch die Landeskriminalämter, auch das Bundeskriminalamt werden weitergeführt und aktualisiert. Wir sind in großer Sorge, dass solche Übergriffe sich eignen könnten. Und wenn Sie daran denken, wie in Paris ein Supermarkt gestürmt wurde und jüdische Geiseln genommen wurden, solche Szenarien können und dürfen wir in Deutschland nicht zulassen. Ich bin da aber sehr optimistisch, dass meine Kolleginnen und Kollegen hier in großem Verantwortungsbewusstsein die Sicherheit unserer jüdischen Mitbürger gewährleisten und sehr fest im Blick haben. Das sagt Sven Hüber, er ist von der Gewerkschaft der Polizei und dort der stellvertretende Vorsitzende. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Hüber. Sehr gern. Vielen Dank. Vielen Dank.